Ho, ho, ho! Christkind, wach auf! Es wird Zeit. Es ist höchste Zeit. Oh, Nikolaus, ist es wirklich schon wieder so spät? Ja, es ist so weit. Es ist kurz vor Weihnachten. Es ist fast schon wieder Weihnachten. Ja. Aber wo bin ich? Ah, schau dich um, du bist in der wunderschönen Weihnachtsresidenz. Stimmt, du hast recht. Aber warum bin ich nicht auf dem Kirchturm? Naja, dieses Jahr ist leider alles anders. Dieses Jahr können die Kinder leider nicht zu uns kommen. Die Kinder können nicht zu uns kommen? Nein, es ist leider nicht möglich. Das ist aber schade. Sehr schade. Aber ich habe eine neue Idee. Eine neue Idee erzähl. Naja, ich habe mir überlegt, dass ihr Kinder uns einfach eure Gedichte und eure Lieder zuschickt. Oh, malen können die bestimmt auch. Das finde ich gut. Na klar, bestimmt gut malen. Und Videos könnt ihr machen. Oder was immer euch einfällt. Seid kreativ und schickt uns einfach alles zu. Nikolaus, das ist eine schöne Idee. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Und liebe Kinder, wir wünschen ein wunderschönes Weihnachten für euch. Ein schönes Fest. Schöne Weihnachten. Ich freue mich.